Ja, ja, ich hoffe, das reicht. Das muss reichen. So ein 16 Stück. Doch, das müsste eigentlich ausreichen. Ich schmeiß mal den Curvy wieder an. Nee, der war eben rot. Das ist blau. Ja, aber der wird gleich ganz... Wo? Komm her, du Mist. Ich boxt dich um. Wir brauchen eine Tesla-Keule am Query. Und wenn du sie nicht rechtzeitig ausschaltest, bevor du dran bist, wirst du selbst gebraten. Okay, Leute. One-Hit und Spinde ist tot. Mir sagt, ähm, mein liebes Händchen... Irgendwas kriegt mir grad hässlich im Ohr rum. Ja. Nicht nur dir, Flo, nicht nur dir. Oh, dann ist es ja nicht. Das Wort zwei. Ein hässlicher Handywecker. Ja. Wir haben unsere zehn Minuten ungefähr, wenn nicht sogar drüber. Ich habe ein bisschen verspätet gestartet. Ja, es tut mir leid. Eigentlich wäre jetzt ungefähr Part Ende, nur wir würden gerne noch sehen, wie Paddy seine Eiermaschine fähig kriegt. Achso, wollte das... Achso. Ja, wie wohl, die war noch mal ganz nett. Die war noch mal ein Zaun, die waren das noch mal. Ja, und da haben beide voll mit Dickies. Ah, genau. Ah, Flo, du, du Genius. Was würden wir ohne dich machen? Glückwunsch, so durch die gegen die Rennung sich vor Manns Monster gehen lassen. Nein, das macht Bayern. Ich habe mich noch gar nicht kennenlassen. Ich mich auch nicht, also ich bin nicht angesprochen. Also, seitdem er da ist. Okay, es sind jetzt aber auch gerade erst, ja, vier Folgen, aber das hat ja nichts zu sagen. Ja, eben, es ist ja egal. Ich habe ja schon wieder mein erstes Level erreicht. Zwischendurch mal auf 16 gewesen, dann gekillten und waren alles weg. Oh, oh, tut mir fast leid. Glaub ich dir nicht. Ja, stimmt doch nicht. Schleimer. So, warte, Eierwarnen, da vorne. Leute, wundert euch nicht, falls ich das nachher als getrennten Part mache. Wir werden jetzt nicht zwischendurch Unterbrechung sagen, sondern es wird irgendwann nachher so geschnitten und als zweiter Part einfach hochgeladen. Das kennt ihr ja schon von ein paar YouTubern schon. Ja. So, äh, halt. So, das, das, das. Was? So, ne, und jetzt mal gucken, ob ich vielleicht ein Huhn rauskriege. Oder zwei. Ah. Ihr glaubt nicht, ich habe kein Huhn rausbekommen aus dem Sieben-Eiorn. Danke, Flo. Ich habe kein Schweres. Was war das denn gerade für eine Aktion? Scheiße. wir brauchen ein paar Eier ja müssen wir runter zur Hühnerfarm oder haben wir noch sind ja gar keine Hühnerfarm du Trolle ja ich meine sind da unten noch Hühner in dem Ding ah Skelett die kommen ja hier die Greppe runter hoch ha ich habe ein Ei ja ich habe mal ein Ei ich hab zwei ich weiß nicht wie es bei dir aussieht so wo bist du noch ein Skelett das ist das du machst jetzt selbst einmal umhin werfen hochgehend auf dem Wachlecht kommt nun raus und cool es ist immer noch ein wird der Töte werden wird der Töte äh hier sind auch Spinnen drinnen ich würde sagen wir gehen schlafen obwohl ich auch nicht mehr und und 8 Level 2 ich will sie euch wissen was ihr habt ja ich bin denn die ist unnötig finden nein sollte ich doch ich habe ein Bruder auch nicht mehr auf die mannungen mit dem Brot nach dass er noch ein Skelett Krepiere Spock für dich weg Spock hier voll auf die Nase Oh, noch ein Zombie der kriegt auch noch mal noch den Deckel Kammelfleisch Ja, also wenn wir noch ein paar Eier finden würden, wäre es jetzt ziemlich geil, weil einen Huhn und so bräuchte ich schon Ach, Flo, Vorsicht, Creeper Ich weiß, der kriegt einen einsam auf den Deckel Ja, komm, hier, nur Mistvieh Hier, gibt's Klatsche Hm, wo können hier Hühner sein? Hier unten, hier bei dem Generator hier unten mit Na, da hat er alles schon rausgeholt Ne, ich habe hier noch einen hier rausgeholt Achso Wo? Unter eurer Zusammenskiste, da unten, da ist ein Huhn drin, das hat mich eingesperrt Hm Ach, da ist noch, auch noch ein Ei drin Lass ein Ei drin Ich habe schon ein Ziel holt, ja, alle 8 Minuten lässt das Huhn-Ei-Fall, was da drin ist 5 bis 10 Na, so, der alt Ach, da ist ein Kürbis, nehm ich mal mit Wie weit bist du denn rausgerannt? Och, paar Meter Ja, ein paar Meter Und, geklappt? Ne Bitch, sch-sch-sch-sch-schicht Das war bringe ich paar Kürbisse mit nach Hause Kannst ja, kannst ja deine Familie mit ernähren Noch mal eine unnötige Kürbisfarm, weil du damit nur Laternen bauen kannst Ist egal Und Helme Naja, und die Helme Die sind total geil Die kannst, ja, wirst du vom Enderman nicht angegriffen Anzert Ja, die Kürbisse haben auch fast das nicht angegriffen Wir können uns ja bei Schneemänner bauen Was, ne, Eisengohle Ich weiß nicht, ob sie hier schon gibt Natürlich gibt sie Natürlich gibt sie hier schon Weißer-Rolle, wenn nicht zu fahren Und hier, du bist wie Leute, Maul, wir haben ja gleich hier um die Ecke in Dschungel wie um Aha Gibt auch die Katzen Ich will nicht für so eine Katze 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 Ja, dann muss man angehen Ich bin egal, ich suche gerade Katze 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 Dann geh angeln Katze 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 Waha Ich so, wenn ich gerade ein Huhn was ich erschlagen kann, aber ich glaube ich weiß, warum keine Hühner mehr aus Eiern rauskommen, weil ich schon zu viel Hühner auf der Welt generiert worden So, da unten ist ein Schaf, ne, das ist kein Huhn Da unten ist ein bei den Gehegeweiden Huhn, das hat eins fallen lassen Ja, dann, nimm das Ei auf und der Schlag Ja, habe ich schon versucht, es ist auch gefeiert Schlag Du bist so doof, einen Hund zu erschlagen Oh, Höhlen, ganz viele Höhlen, ich bin ein Höhlenforscher Also, Frauenhaut aufgedeutsch So, ich wohne meine Fackel Da Tolle Höhle Wohl für'n Arsch Tja Ja, das ist uncool, ne Möhm Komm Möhm Höhlenедь Aku Das ist ist Lied 중 S does Die 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 ja nicht die Hühner, Kim, wir brauchen nur noch die Eier. Nein, ähm, manchmal ist das so, dass wenn die Welt zu viel Hühner generiert hat, dass du keine Eier mehr benutzen kannst, um Hühner rauszukriegen aus den Eiern. Okay. Ja. Ja, Rian gerne aber 5 Minuten einen Huhn hinterher, um das mal anzurücken. Ja, und wenn ihr die Eier habt, dann einfach mal hinwerfen in die Eierform oder probieren zu benutzen, vielleicht klappt es diesmal. Ja. Immer sagte. Ja, haben mich jetzt wirklich ausgespäßt. Ne, man kann jetzt außen wieder rauskommen. Hab drei Eier übrigens. Wer will versuchen? Du. Alle? Gegen den Zaun schmeißen, ne? Ja, in den Rhein, also insgegen den Zaun schmeißen. Gegenüberliegenden Zaun, ne? Ist egal, hauptsache, irgendwo gehen wir auf den Werfen. Das ist scheißegal wie. Ein Huhn. Ernsthaft? Ja. Siehste, dachte ich mir nicht. Die Welt hat schon zu viel Hühner generiert, als dass du jetzt noch mehr erschaffen könntest durch die Eier. Aber es geht beinahe unter. Ja, ne, äh, das, das, das schwimmt oben. Ich weiß, aber es geht beinahe unter. Das hat den ganzen, äh, den Kopf unter Wasser. Ja, ja, das ist ganz praktisch eigentlich. Ist ja aber noch ein Babyhühnchen. So, ich hab's auch ein Ei, ich hab auch einen Huhn geschlachtet. Du bist ein Hühnermörder. Ja, auf jeden Fall. Weil die werden sich nicht wüsste und die sind immer so dankbar danach. Inwiefern dankbar denn? Na, dass wir sie aus, aus dieser Pixelwelt befreit haben. Ja. Aus dem Spiel mit der besten Grafik überhaupt. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, da kann hier so Crisis 2 nicht mithalten, also es geht gar nicht. Ich habe nicht. Oder will ich, der ist recht. Das hier ist ja total realistisch hier. Ich habe eine Katze gefunden. Ah, cool. Ja, jetzt wird es nur noch ein Fisch. Fisch, 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 Fisch. Ah, nein, 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 bleib, 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 bleib. Ich will Fisch, nicht will Fisch, nicht will Fisch. Gib mir Fisch. Dann such dir Fisch. Nein, Problem ist, dann ist die Katze weg. Nee, geh mir die Katze. Tja, Katze gibt's nicht. Ach, ozelo ist mir auch scheißegal. es ist ein kleines Hühnchen es wird sterben dann wird es nicht dann bin ich dich um ja okay es wird überleben so als Tatsache klappt er muss warten dann bis erwachsen wird und bis große Wohne sein kannst du auch den Dienstleer Neuer hier von Formen Spionage Blick du weißt ja wenn du hier STRG drückst du kannst du suchen ich habe eine Höhle gefunden die ziemlich weit runter auch Rubino und ich habe meine Taschen voll